Liebe Steiner-Freunde, willkommen in der Noppenstein-Welt vom Steinermeister. Ja, heute habe ich ja etwas euch zu zeigen und dieses coole Set und da gehört eine Tasse dazu, noppensteinwelt.de, habe ich seinerzeit erhalten für Sean der Schaf. Das zeige ich euch hier, das ist das schöne Schaf, das hat mir den Preis gewonnen. Und ob dieses Gebäude etwas bringt, ob es gut ist, ob die Steiner-Qualität gut ist, wo es Macken hat, erfährt ihr gleich nach dem Intro. Schön, dass ihr dabei geblieben seid und mir zuhört und zuschaut. Ich finde es immer schön, wenn da auch Zuschauer dabei sind. Und heute geht es ja um den Revier. Wir haben den Aufbau gesehen. Ihr habt gesehen, ich habe geschwitzt. Ich habe gewisse Dinge auch erlebt, wo ich gesagt habe, Mensch, mei, das war ja nahrhaft. Und ich wollte das eigentlich in zwei Filmen machen, aber wer schaut schon zwei Stunden durch? Und darum habe ich es halt in drei Videos jetzt verteilt. Ist halt so, dieses aufzubauen, das war Knochenarbeit, ja. Und so wie es hier steht, ist es so in Ordnung, aber ich werde wohl aus diesen Steinen, werde ich dann etwas Neues bauen. Weil ich kann das nicht so lassen, das geht nicht. Und ich zeige euch dann, warum. Mal zum Positiven. Positiven vom ganzen Set. Das ganze Set hat sehr gute Steine. Also die Qualität der Steine ist sehr gut. Die Klemmkraft in den meisten Fällen auch gut. Zum Teil sogar viel stärker als bei Lego. Und das merkt man dann beim Dach, da hält es einfach zu fest. Das gibt zu fest Spannung und dann passiert etwas, ja. Was mir auch sehr gut gefällt, ist einfach diese Anordnung, dass man auf der Seite frei hat. Sieht auch noch schön aus, wenn man hier so eine Dinger hat. Und hinten dran auch noch, auch obendran schön gebaut. Unten dran, ja, da ist es eben nicht so gut. Aber das wollte man ja nicht, weil wer geht mit der Leiter nach oben schauen? Aber unten sieht man natürlich da Damen leicht bekleidet. Und darum sind auch hier diese ganzen Fenster weiter oben hingetan, damit diese Figur, die schaut bis hier, da nicht reinschauen kann. Was interessant ist, oberhalb hat es Fenster. Die sind offen, da ist ein Bett. Ja, wenn da jemand durchläuft, dann kommen dann gewisse Geräusche aus diesem Zimmer. Das ist natürlich auch etwas. Dann hört man zu und dann ist nicht Ruhe. Nein, darum nicht so optimal, dass hier offene Fenster sind. Da muss dann eine Scheibe rein, ja. Und die muss dann zuhalten und so weiter, damit man dann nicht diese Lustschreie hört. Ja, oder das Grunzen des Wildschweins auf der Pirsch, auf der Jagd, ja, mit der Stange und so weiter. Ja, aber das Ganze hier hat auch gewisse Dinge, die sehr schön sind. Also, was mir eigentlich, was ich nie so richtig gesehen habe bei diesen Dingen, ich mache das jetzt ein bisschen weg hier, damit es besser sieht, ich mache das auch grösser und schon passiert etwas. Ja, muss ich jetzt vorziehen, weil das ein Umdruck gefallen ist, wollte ich nicht. Aber, diese Seite hier. Wie hebt man ein Gebäude auf? Meistens von der Seite her rauf. Wenn man das macht, dann drückt man hier, peng, und alles fällt weg. In diesem Gebäude, muss ich jetzt ehrlich sagen, das ist nichts für Kinder. Ja, schon das Thema ist nichts für Kinder, aber das ist nichts für Kinder, ist nichts für Kinder aufzubauen, ist nur für Erwachsene. Und zusätzlich, man darf nirgends rankommen, weil man kommt hier an, dann fällt das dann plötzlich runter. Zum Beispiel hier, peng, schon weg. Hier, peng, weg. Das hält einfach mit ein. Das ist kein Problem, wenn man das Ganze so macht. Jetzt muss ich schauen, das ist jetzt da reingefallen. Komme ich da gar nicht mehr dazu. Richtig. Auseinanderbauen. Das ist eins. Und auch hier unten dran, also wenn ich hier ein bisschen drücke, hier, das hält auch nicht so. Jetzt fällt das wieder runter. Wir sagen, in der Schweiz ist es so ein Quatterli. Ein Quatterli-Zeug. Jetzt fällt das wieder runter. Da fällt einfach immer wieder gewisse Dinge runter. Auch hier, die Wand hier, die ist, ihr seht das, ich kann das hier gleich wegnehmen, das ist einfach so, sieht schön aus, aber ist schon kaputt. Ja, fällt runter. Schon haben wir demoliert. Ja, vielleicht habe ich das auch nicht richtig eingezahnt. Das kann sein. Das ist so. Aber ich muss sagen, ich bin wirklich enttäuscht von hier, von gewissen Bautechniken, dass man das nicht, klar sieht das vielleicht so schön aus, dass hier die Wand dadurch ist, aber ich finde, es sollte auch ein bisschen ein Halten geben. Kommen wir das mal hier rein. Und das hat nichts dazu zu tun, dass die Steine keine Klemmkraft haben. Das sieht jetzt so aus, das fährt ja alles runter und so weiter. Nein, das ist einfach so. Das Ganze hier muss man sehr fest draufdrücken, damit man das im Griff hat. Und es wurde einfach auch gewisse Dinge verbaut, die sehen schön aus. Ehrlich? Sie sehen wunderbar aus. Super. Aber dann geht das zu Lasten von von der Stabilität. Jetzt fällt der wieder runter. Ich kann euch sagen, ich habe mich bei diesem Haus und jetzt nichts gegen Ximbau, das kann Ximbau nichts dafür, das ist Designmässig, aber ich habe mich wirklich aufgeregt. Ich wollte schon und wenn ich das Video nicht gemacht hätte, durchgehen, ich habe es durchgezogen, ich habe das ehrlich fertig gemacht, da wollte ich das Ganze nach dem, nachdem ich dem 1,5 gebaut habe, wollte ich es einfach fortschmeissen. Und beim Dach, da hatte ich eine Woche Unterschied, weil ich habe es einfach nicht hingekriegt, habe es nochmal geprobiert, nochmal probiert und irgendwann hat es dann irgendwie so klein funktioniert, aber immer noch nicht so gut. Cool ist auch das Equipment hier dazu, hier auch dieses sehr Regante, wäre noch besser gewesen in Gold, weil sie haben ja Goldsteine, das wäre noch cool gewesen, aber coole Idee, die Stangen hier, auch die Stangen hier durchzubringen, das war eine Kraftakt, das hier durchzubringen. Ich finde es ja schön gebaut, hier auch dieses Set, ich verstehe es noch nicht, ist es auf der Seite, damit da ein, und warum ein Ross, damit da ein Ross vorbeikommt und dann hier ist die Frau, die sich da schminkt und macht und dann die Leute reinlockt, könnte es sein, aber ich weiss es nicht, das ist vielleicht in China so, vielleicht ist es so, deshalb dachte ich einfach, das hätte hier noch Platz rein müssen, weil es ja nicht so viel drinnen ist, aber sie haben dann das gesagt, ja dann machen wir etwas extra, ein bisschen Steine, ich weiss es nicht, ist einfach so. Cool, schön, gebe hier noch die ganze kann man nicht sagen, einfach das und hier noch zum Schminken, da gibt es unseren Silien, da gibt es Steine, da gibt es Diamanten, also nicht Spekkatulaires und was ich nicht verstehe, ist, hier haben wir grüne Steine und darüber soll gelb kommen, also damit es auf der Seite grün ist und drüber gelb. Ich habe das weggelassen, weil ich gesagt habe, es hat auch wenig Stücke, also das ist so, es hat aber auch nicht viele, ich weiss gar nicht, ob es hier irgendeinen Stein hat, der direkt bedruckt ist, ich glaube nicht, nein, glaube ich nicht, tun wir das noch auf die Seite hier, das stört alles dann, ich würde keinem empfehlen, der frisch anfängt, mit alternativen Steinen zu bauen, jetzt dieses Haus zu bauen, nein, würde ich euch nicht empfehlen, ich würde aber denken, man kann die Steine sehr gut benötigen, weil als Teilespender ist das eine Wucht, weil es hat schöne graue Steine und es gibt auch schöne Dinge, die sie gebaut haben, es ist ja hier, diese schönen Fenster, goldig, auch hinten die Fenster, auch diese, ist das so gebaut, mit Deskopen und dann das Wunderbare hier beim Dach, ich fange jetzt beim Dach ab, ich nehme es mal weg, jetzt fällt der schon runter hier, eben, das ist so und ich werde das danach zeigen, ich kann das einfach nicht alles sagen, ja, das ist jetzt super, ich möchte das gerne, aber ich kann das nicht, wenn man wird es sehen, ja, jetzt fällt das runter, also ehrlich, das ist so, vielleicht bin ich einfach autopsig, also diese Drachen hier oben dran, eine Wucht, wunderbar, auch dieses schön gebaut, hier, schön gedacht und das Dach, das lassen wir jetzt drunter, das Dach hier ist auch aus meiner Sicht wunderbar, sieht cool aus, mit diesem Grün und Golden und dann Rot, die Bromatik ist, hier drauf hat es sehr viele Platten und wenn du viele Platten hast, dann musst du das ganz fest zusammendrücken, das richtig machen, aber es erhält so oder so eine Spannung und ihr seht hier oben dran, hier diese Lücke, ich bringe das nicht nach oben, wenn ich nach oben dann geht es hier, dann drücke ich wieder hier, dann ist es dran, da hier auch, hier gibt es auch einen Abstand, dann haben wir hier auf der Seite, das kann ich hier wegnehmen, weil das sind ja auch nicht durchgängige Platten und warum die da aufhören hier, warum gehen sie da nicht durch, weiss ich nicht, vielleicht habe ich jetzt falsch gebaut, das kann sein, weil die Anleitung und das ist ein Riesenproblem, die Anleitung, die ich erhalten habe, die ist einfach, ja wie kann man sagen, da sieht man die Farben nicht richtig, ich mache jetzt die runter da, die Anleitung, ich zeige euch mal, die Farben sind so, dass es braun ist, sieht man so Art, aber es sieht so orange-mässig aus und man muss gute Licht Begegnungen haben, damit man genau sieht, wie man alles bauen muss, zum Beispiel hier steht zum Beispiel, ja das ist ein Teil, das man verwenden muss, das hier oben dran, das ist schon zusammengesteckt, in der Verpackung ist einfach separat und das gibt dann Rätsel auf, wie baut man das Ganze zusammen, ich weiss nicht, vielleicht war das auch ein Spezialdruck, aber es ist einfach nicht so schön hinterlegt und zum Teil sieht man auch nicht, wo man genau das Ganze hintun muss, ich muss mal schauen, hier, wo ist es auch wieder, ja zum Beispiel hier, da sieht man, da muss man so etwas bauen, da sieht man aber nicht genau, in welcher Reihe das man bauen müsste, weil, sonst würde das eigentlich unten gezeigt, dann sieht man genau, in was, das muss man wissen, das ist 1,1,1, ist glaube ich zuvorderst, habe ich da zuvorderst gebaut, jetzt geht es da, ja, das ist der vorderst, das erste Mal, wo ich ein Set eine Woche auf die Seite gelegt habe und mir überlegt habe und dann am Abend, wenn ich da mal richtig, auch wieder fit war und ich da arbeite nicht so müde, dann habe ich dann versucht, dieses Dach zusammengezogen und das Resultat ist ernüchternd, ich habe es nicht hingekriegt, ich weiss nicht, was ich gemacht habe, vielleicht sagt ihr, der Steinermeister, keine Ahnung und so weiter, ich habe vielleicht noch einen Fehler gemacht, aber, nie, 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 ist für mich nicht Entspannung pur, hier, sieht super aus, also die roten, auch das Ganze hier, schön gebaut, eben diese Steine, die man reintun muss, muss ich zuerst noch überlegen, wie man das Ganze konstruiert, aber es ging nur über Einzuspannung, innendran ist das Bett, was man sicher sagen kann, es ist kein Spielset für Kinder, weil da kann man ja, also gut, die haben kleinere, aber es ist einfach sehr knapp und es fällt jetzt herunter und da muss ich dann auch wieder schauen, wie bringe ich jetzt das hier drauf, damit das wieder hintut, weil, ihr seht, das ist einfach geknott, ja, auch hier vorne, das habe ich nicht richtig hingekriegt, einfach weg, abgebaut und dann hat es hier, und das ist das Schlimme, nicht Sechser, sondern drei, drei Platten, drei Fliessen und da ist er drüber gekriegt, wie früher, bei Lego, da sieht man halt einfach diesen, diese Wuchtung gegen drinnen. kommen wir zum untersten, zum untersten, da fällt es dann raus hier, ja, jetzt fällt das weg da, seht ihr, das ist eben so ein Ding und wenn man hier rannt, ist alles weg, kann ich euch sagen, da fällt auch noch Zeug rum, was ist jetzt das, was ist denn, oh jeje, so, auch noch ist das rausgefallen, irgendwo war das, weiss ich nicht, aber, hinteran ist nicht so viel los, hat hier zwei Wartebereiche, die sind noch schön mit Blumen gemacht und so weiter, was schön ist, ist dieser ganz schöne Springbrunnen, hier, wie ist er, nur die Brumatik ist, hinten dran hat Fenster, und vorne ist Wasser, wie geht das, wie geht das, Wasser und das geht hier durch und das Wasser geht nicht rein, sondern ist draussen, ja, vielleicht ist ein Fenster, aber trotzdem, hätte man ja auch das Fenster aussparen können, ich finde es ja super, das gibt für mich wieder viele Teile und das sind super Teile da, diese Fenster, die finde ich wunderbar und die kann man gut verbauen, auch der ganze Innenhof ist sehr schön gestaltet, sehr schön gestaltet mit diesen Fliessen, da hat man sich Überlegungen gemacht, auch der Eingang und da die Türe hier, wunderbar, sieht doch klasse aus, es gibt also ganz viele Dinge, die super sind, was ich nicht ganz verstanden habe, ist, dass hier eine grössere Spalt ist, dass es nicht zusammen ist, da hätte man noch etwas reintun müssen, aber es war in der Anleitung so, vielleicht habe ich es auch fast gebaut, ihr wisst, ich bin nicht nur so nach Anleitung zu bauen, die Treppe nach oben ist gemeingefährlich, hat keine Handknauf, also da fällt jemand, das baue ich nie, wenn ich Gebäude baue, baue ich nie so eine Treppe, die einfach hier rauf geht, weil da fällt man runter und dann ist man tot, nein, das geht natürlich nicht, da muss eben eine Halterung rein sein, wir Schweizer wollen ja auch sicher nach oben ankommen, was auch unschön ist, ist hier diese einfach diese roten, sieht man die Noppen, ich hätte hier noch etwas drauf getan, was auch, ihr seht, jetzt habe ich hier reingeklickt, jetzt ist das schon weg hier, macht mir wieder zu, was ich auch nicht so gut finde, das habe ich optimiert, hier war eine Lücke, sie ging bis hier zum Fenster und dann war nichts mehr, da habe ich gesagt, ja, also das geht ja nicht, also gut, vielleicht Sommer immer dort und es ist nichts und natürlich kommt da auch Hitze aus dem Bett raus, ja, weil es dort auch eine Stosskraft gibt und so weiter, ja, ist halt so, aber da habe ich mir gefragt, Mensch, Meier, warum haben sie ja nicht nach oben gebaut und das Schlimme ist, ich hatte, glaube ich, noch Steine übrig und konnte das noch bauen, ich habe das nicht verstanden, ne? Also, ich wollte euch eigentlich auch in diesem Set viel zeigen und das in zwei machen und da über die Freudenhäuser und ich hatte sehr Freude und ich finde ja super, dass ich das erhalten habe, das ist nicht so, weil, was mache ich draus? Das Ganze hier, dem ganzen Drama, Dachdrama, werde ich einmal auseinanderbauen und ich werde dann diese Steine verwenden und dann etwas Neues bauen, weil, das ist kein Gebäude, das ich da gerne reinstelle, wenn ich das Dach noch hingekriegt hätte, dann hätte ich plötzlich gesagt, ja, komm, das geht, aber, weil es jetzt schon wieder so passiert ist und ich mich immer wieder aufrege, habe ich mir gesagt, aus diesem baue ich etwas Neues. Ja, was, wie geht es hier weiter? Hier geht es weiter, ich habe hier noch hier oben das Architekturset und Wange und weil wir die chinesische Woche haben, werde ich das als nächstes aufbauen, freue mich schon lange drauf, wie ist das und ich denke, es wird einfach sein und nichts gegen Simbao, also nicht, dass ihr meint, ich sei da gegen Fremdherstellen, ich finde das super und es gibt ja schöne Steine, ich finde einfach, die Bauweise, da hat, wollte man sehr schön bauen, sehr schön machen, aber man hat es übertrieben und darum, baut, kauft solche Häuser und baut etwas Neues, das ist das Beste, was ihr machen könnt, wie Hauptsteine, baut los, in diesem Sinne wünsche ich euch alles Gute, bis das nächste Mal, danke fürs Abonnieren, danke für die Glocke drücken, ihr seid jederzeit willkommen bei den Steiner Freunde in der Noppenstein Welt und natürlich auf diesem Kanal, ich grüsse euch und wünsche euch alles Gute, bleibt gesund, tschüss zusammen. – Auf Wiedersehen – ! Untertitelung des ZDF für funk, 2017